Kann es aus Geldmangel keine Rentenanpassung zum 1.7.2024 geben? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, ich habe heute am 31. Januar 2024 eine direkt an mich gerichtete E-Mail bekommen mit der Bitte nochmal um Aufklärung, ob es denn wegen Geldmangels eine geringere Rentenanpassung geben könnte. Wie denn da die Rechtslage sei, ob es denn überhaupt so möglich sei. Also ich fange mal mit dem schlimmsten Fall an, meine Damen und Herren. Der Vater Staat geht pleite. Also wie nach dem Zweiten Weltkrieg, da ist nichts mehr da. Damals wurde ja die Rentenkasse auch von Hitler geplündert. Damals war aber die Rentenkasse anders aufgestellt, aber die wurde von den Nationalsozialisten damals geplündert. Gab es auch kein Geld mehr. Aber ein paar Monate später, nachdem die Amerikaner eingegriffen haben und hier Geld ins Land so langsam reingepumpt haben, wurden dann auch die ersten Rentenleistungen wieder gezahlt. Aber diese Situation von damals ist doch mit heute in keinster Weise vergleichbar. Es ist überhaupt nicht absehbar, dass die Bundesrepublik Deutschland pleite gehen könnte oder kein Geld hat. Also der Bundeshaushalt weist auch die entsprechenden Bundeszuschüsse für die Rentenkasse aus. Die sind zwar ein bisschen gekürzt worden dieses Jahr, aber die Rentenkasse selbst sitzt auf 45 Milliarden Euro Nachhaltigkeitsrücklage. Das ist richtig viel Schotter, den die deutsche Rentenversicherung übrig hat, angespart hat. Durch die fleißigen Menschen, die in der Bundesrepublik arbeiten, durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Beiträge einzahlen in die Rentenkasse, hat die Rentenversicherung dort gute anderthalb Monate Nachhaltigkeitsrücklage angelegt. Das Geld ist da. Damit können fast für anderthalb Monate die Rentenleistungen gewährleistet werden, wenn es jetzt kein Geld mehr gäbe. Aber letzten Endes ist das alles sehr, sehr utopisch und auch nicht vorstellbar, dass wir nicht genügend Geld haben. Wenn die Rentenerhöhung kommt, wenn es also die Zahlen gibt, dann muss natürlich die Rentenversicherung entsprechend den gesetzgeberischen Vorgaben die Renten erhöhen und dann müssen die höheren Renten ausgezahlt werden. Wenn das Geld für die Bund, nehmen wir mal an, das Geld würde bei der Rentenkasse nicht reichen dafür, ja, da muss der Bund einspringen. Die Rentenversicherung hat einen Rechtsanspruch gegenüber dem Fiskus auf Zahlung eines entsprechenden Ausgleichsbetrages. Das nennt man Bundeszuschuss. Ja, das ist sozusagen das große Glück für die Rentenversicherung, das große Pech für Herrn Lindner von der FDP, unser Finanzminister. Der findet das nämlich nicht ganz so toll. Aber ich finde es im Sinne aller Millionen Rentnerinnen und Rentner richtig gut, dass die deutsche Rentenversicherung sich dann in diesem Falle die Kohle vom Staat holen könnte. Also Renten sind zu zahlen, da kommt der Staat auch nicht dran vorbei. Er könnte sie nur dann nicht mehr zahlen, wenn er selber völlig pleite wäre und kein Geld mehr hätte. Aber das ist in Deutschland nicht absehbar. Also meine Damen und Herren, bitte keine Sorgen machen. Renten werden gezahlt. Renten sind im Sinne der Zahlung auch sicher. Ich habe keinerlei Bedenken, dass die Rentenversicherung die Rentenerhöhung, je nachdem wie sie ausfällt, auch zahlen kann und auch zahlen wird. Zumindest für das Jahr 2024 sehe ich da überhaupt keine Probleme. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.